Die von der Umweltkatastrophe heimgesuchte Bevölkerung wird in Reisenbussen, in südliche Kurorte gefahren. Wenn ich in dem Traum immer wieder der Beobachter, sozusagen ein Reporter, der das berichtet, dann muss ich selbst in einem Lager angekommen, einen Psychotest lösen, um mich zu erlösen. Scheint leicht, das sind Psychotests für Kinder.